So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Ich starte mal direkt die Pokémon Go App. Da seht ihr den neuen Ladebildschirm. Sehr weihnachtlich. Es ist Dezember, Weihnachtsevents stehen im Haus und so weiter. Gleichzeitig seht ihr hier einen Pikachu mit Weihnachtsmütze. Das ist das Maskottchen für den Dezember. I Scorb Jens hat die Raidmania wieder für sich entschieden im November. Darf deshalb das Kanal Maskottchen für den Dezember bestimmen. Im März wird sich für dieses Pikachu entschieden. Das wird euch jetzt in diverse Videos, in diversen News-Videos, in diversen Streams und so weiter begleiten. Durch den Monat Dezember, wer sich fragt, warum da immer ein bestimmtes Pokémon steht. Das ist das Sieger-Pokémon vom Gewinner der Raidmania. Und die gehen natürlich diesen Monat auch wieder neu los. Ist aber ein anderes Thema. Thema Level 50. Super gerne mache ich natürlich immer Max Out Monday. Eins meiner Lieblingsformate, weil ich mit euch zusammen das Format bestreiten kann, euch integrieren kann, ihr mir immer Vorschläge macht. Ich gucke, geht das, geht das nicht. Hammer schon, Hammer nicht. In letzter Zeit sind es immer weniger Vorschläge aber geworden. Ein Problem dabei, das Leute auch gesagt haben, sie haben die Übersicht verloren. Egal was sie vorschlagen, es ist schon gemaxed oder es ist nicht möglich. Sie wissen gar nicht mehr, was kann man denn überhaupt noch vorschlagen. Vielleicht wäre es gut, wenn ich mal ein Update-Video mache mit meinen Level 50er Pokémon, um zu zeigen, wie die gerade ausschauen. Ich habe mir die hier immer mit einem Tag versehen. Wenn ich hier also auf Tag gehe, zeigt es mir aktuell 397 Pokémon auf Level 50. Ich habe auch gesagt, ich versuche eigentlich immer nur, wenn ich ein 100% von dem Pokémon habe und genügend XL, versuche ich das zu maxen. Ihr werdet jetzt hier auch andere Pokémon sehen, die ich für mich selber mal gemaxed habe und nicht in einer Maxout Monday Folge, weil die nützlich waren und die auch keine 100% besitzen. Da wird es wahrscheinlich dann um Kryptos gehen. Gleichzeitig wollen wir aber jetzt hier drüber gucken. Vielleicht kann man auch sagen, wir wollen erstmal Kanto fertig machen und vielleicht fällt euch ja auf, welche Kanto-Pokémon hier fehlen, die noch nicht auf 50 sind, die ihr vorschlagen könnt. Wie immer habe ich natürlich die Endstufe gemaxed. Und wenn keine Vorschläge mehr übrig waren, ist man auch auf die Vorstufen gegangen, aber normal will man ja das Maximum haben. So, ich gehe das jetzt hier durch. Ihr könnt mal vergleichen, ihr könnt mal gucken, da seht ihr auch, wie hoch was kommt und was krass ist und was nicht. Das ist mein Visafloor, was ich natürlich auf 50 gepusht habe, was auch eine Mega-Entwicklung hat. Level 50, Mega, 100%, ist auch auf Stufe 3. So viel rede ich aber jetzt nicht bei den anderen. Wir werden die jetzt einfach mal durchwischen und schauen. Visafloor auf 50, Glurak auch auf 50, hat auch mehr, 3.266, hier haben wir nur 3.000. Tourtalk kommt gerade mal auf 2.788, ist aber auch auf 50, hier sogar Shiny. Best Buddy Batch ist auch am Start, ist bei allen hier. Auch mit der Mega-Entwicklung und hat auch sogar ein Kostüm. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooles, muss ich sagen. Raupi, ein ganz normales Raupi, als mein Lieblings-Pokémon, musste natürlich auch Raupi gemaxed werden. Den packe ich immer an meinen Buddy, wenn er ein C-Day ist, damit die Leute daran denken, dass am C-Day zusammen gelevelt werden soll. 494, als 100%iges. Jetzt habt ihr gleich mal den Unterschied, denn das ist ein Nulli und das ist ein Hunni, ne? Also ein Hundo und ein Nundo. 325 WP auf Level 50 mit 0%, 494 WP auf Level 50 mit 100%. Und dann sagen die Leute, das ist kein Unterschied, guckt euch das an. Das ist 500 gegen 300. Auch die N-Stufe haben wir natürlich gemaxed, Smadbo. Dann haben wir natürlich B-Boer, auch wieder Mega-Entwicklung am Start. Taubsee, das wurde damals mal vorgeschlagen, Shiny Taubsee. Und die Leute auch gesehen haben, okay, der hat einen Hunderter Shiny Taubsee damals geplusst, also mit dem Go-Plus gefangen. Habe ich nicht mitgekriegt, war ein Hunderter, fand ich auf jeden Fall sehr genial. Haben wir aus Spaß auch mal gemacht. Normalerweise, ja, reicht Tauboss, aber das ist in irgendeiner Folge auch mal so dazugekommen. Tauboss 2400, wir haben Radikal, wir haben sogar beide Formen, 1927. Bei beiden seht ihr hier Level 50, dann haben wir Ibitak 2200, wir haben Abok 2100, Raichu, Sandama. Auch beide Formen, hier hat man sogar einen Unterschied, 2600, 2750. Nido Queen, da kann ich gleich mich mal drum kümmern, dass die Namen wieder stehen. Nido Queen 2.8, Nido King 2.9, nehmen wir natürlich auch mit. Sehr genial. Dann haben wir hier Pixi, kann auch weg, steht ja jetzt so dran, 2755. Vulnona ist das Kando-Vulnona, aber mit Kostüm. Irgendwann habt ihr nämlich gesagt, machen wir hier so ein Alola-Vulnona, haben wir gemacht. Das Kando hat man nicht und dann hat man die Wahl zwischen einem normalen Kando oder einem Kostüm-Kando. Und ich habe dann das Kostüm-Kando gepusht. Ist auch niedriger als das Alola, aber passt. So, Pummel-Luf, Knuddel-Luf und noch Suf, genau. Knuddel-Luf hier auch auf 2178. Dann haben wir hier Giflo am Start, wir haben Parasek, wir haben Omot als Krypto 100% mit Best-Buddy-Badge. Wir haben Diktri, den fand ich auch cool mit dem Hut. Der musste unbedingt nach 50, mit Hut. Snow-Billy-Cut, wer hat denn die Namen so komisch beschriftet? Ich weiß nicht, Mann. So, Snow-Billy-Cut hier auch, Level 50, aber 1900 nur. Entoron, 2700. Razav, 2500. Akani, 3400. Der hat eigentlich richtig starke WP, wenn man das so sieht. Quapo 29, 100% Krypto-Quapo 29, der kam leider dann später erst, dann Simsala. Genau, Simsala 1, 2, 3, 4, 5, 6, warum auch immer. Man eine 6er-Armee macht davon. Iskando ist meine Lieblingsregion. Das ist ja auch die einzigste, die ich eigentlich kenne. Und deswegen habe ich da immer die Pokémon, die ich besonders cool fand, gleich als 6er-Team gemaxed. Hier müsste ich eigentlich auch überall die 100 wegändern. Das spare ich mir jetzt erst mal. Den haben wir auch zum Mega-Simsala gemacht dann. Macho Mai. Heißt Kesto. Macho Mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir plötzlich Krypto-Macho Mai. Das ist aber kein 100er, das ist ein 98er und ein 96er haben wir auch noch mit 15 Angriff. Die haben wir beide also auch gemaxed. Hier haben wir seit 10 Jahren nochmal 2.700. Tentoxa 2, 7. Der Geowatz mit 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann den Alola-Geowatz. Der kommt auch auf die gleichen diesmal. 3, 3, 34, aber nur ein. Ponita. Warum? Master Gossi hat das glaube ich vorgeschlagen. Ist kein 100er, aber ist ein Shiny Ponita auf Level 50. Das ist eigentlich kompletter Fail. Aber egal. Galoppa 2, 7. Fleckmon. Fleckmon. Lamus. Mega Lamus. 2, 8. Mega Dodri ist dabei. Yugong haben wir hier dabei. Sly Mok haben wir hier dabei. Mega Gengar 3, 2. Passt alles 100. Hypno. Hypno und Krypto Hypno. Beide 100%. Beide Level 50. Kingler auch auf 3, 1. Kommt auch sehr hoch. Lektro Ball haben wir beide. Version auch wieder. Normal und Hisui. Hisui kommt auch wieder höher. Kokowai 3, 4. 3, 4, 0, 7. 3, 4, 0, 8. Da kommt das normale höher als das Alola. Knogger. Alola Knogger. 2, 0, 75 bei beiden. Das finde ich cool. Das habe ich damals aus einem Raid Day bekommen. Richtiges Glück gehabt. Kikli. 2, 9. Nokchan. 2, 6. Smog Mok. Dann Kangama. Musste ich auch ewig mitlaufen, dass ich den entwickeln kann. Ist aber auch fertig jetzt. Pandimos. Auch fertig. Pinsir. Fertig. Kriegt auch nochmal eine mega Entwicklung. Tauros. Das haben wir letztens erst gemacht. Auch ewig gelaufen. Wieder mal. Carbador. 100%. Shiny. Level 50. Einfach so. Mal beim Carbador. C-Day im Stream. Mit dem Go+. Geklickert. Dann mal die Shiny so durchbewertet. Plötzlich gesehen. Ach du Scheiße. 100%. Ich bin keiner von den Leuten, die irgendwie nach irgendwelchen Sachen snipen oder Hunderter abfarmen, bis ein Shiny draus wird am C-Day. Ich will den C-Day spielen. Und das Shiny mit den besten EV. Okay. Kann man sich mal merken. Meistens entwickle ich nur die mit den höchsten WP. Aber das war halt einfach random. Nebenbei ein Glücksgriff. Nicht gezielt gesucht. Einfach so. Deswegen finde ich das schon cool. Dann hier. Garados. Mega Garados. Auch Shiny. 100%. Das war was anderes. Da habe ich glaube ich Rode Garadöschen gejagt. Ein Krypto Garados. Auch auf 100. Level 50. Evoli. 100. Guck mal heißt Eve Olli. 50. Aquana. 50. Blitzer. 50. Flamara. 50. Amoroso. 50. Kabutops. 50. Aero Kacksprü. 50. Relaxo. 50. Plus Krypto Relaxo. 50. 3. 6. 3. 5. Der hat nicht so gute IV. Das 100er Relaxo aus Berlin mit dem Hut. Und auch auf 50. Richtig genial. Auch ein Schmanger. Legendäre. Arctos. 50. Ne. Warte mal. Doch. Ja. Arctos. 50. Bei Lavados und Zapdos fehlen mir leider. Die XL. Die XL. Die müssen mal wieder in Raids kommen. Dann können wir die auch maxen. Dragoran. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mewtwo. 4.724 in 100%. Plus 2 Kryptos gemaxed. 4.650. 4.641. Rüstungs. Mewtwo. 100%. Level 50. Richtig krass. Megani 50. Donupto 50. Max. Impergador 50. 100% Krypto. Impergador 50. Visenion. Noctu. Lidian. Ariados. X-Badl. Lanturn. Xatu. Amphoros. Blubella. Merrill. Azumere. Ganz frischer Montag. Die komplette Familie davon. Fertig bekommen. Mogelbaum. Quaxo. Babunga. Morlord. Sianna. Und Nachtara. 3. 5. 2. 4. Dieser Unterschied. Laschoking. Icognito. 1339. Damals aus Prag. In der Safari gefangen. Wo alle rumgerannt sind. Da war Hong vor Ort. Alle anderen sind rum durch ganz Prag. Haben da. Eine Perch gemacht. Haben versucht Hunderter zu sammeln. Da war was los. Das war richtig brutal. Girafarig. Dummisel. Stalos. Stalos. Ja. Das war auch aus einem Forschungstag. Befristete Forschung. Wo ihr ganz viele Snubbull-Begegnungen hattet. Wenn ihr Aufgaben gelöst habt. Und da ist dann aus dem einen ein Hunderter rausgekommen. Also ein Shiny rausgekommen. Was ein Hunderter war. Auch. Sehr genial. Müsste auch hier unten dran stehen. Ne. Das steht leider nicht. Das ist der Forschungstag war. Granbull. 100. Baldorfisch. Scherox. Scaraborn. Auch schon mal für die Megaentwicklung vorbereite. Makargo. Corazon. Wusste ich gar nicht, dass das auf 50 ist. Äh. Ja. Remoride. Octillery. Also bei manchen ist es wirklich zum Kotzen, dass da einfach nicht die richtigen Namen stehen. Octillery. Mantax. Hundemon. Cedraking. Don Phan. 3, 4. Damierplex. Mit Kostüm. Farbigel. 100% Level 50. Richtig genial. Und weil da ein Bild von einem Warplu gemacht wurde. und das deswegen Piekser Säusel Stimme hat, heißt das jetzt Warbigel. Capoeira 50. Miltank 50. Hightera 50. Ein erlöstes 100%. Vergebt es mir. Ein erlöstes 100% Despo da. Mit Katapulten Steinkarte. Ein 100% Krypto Despo da. Lugia. 4100. Dann haben wir jetzt hier. Das ist schon mal gut. Da kommen ja jetzt die Höhen. Starter, die ihre Mega-Entwicklung bekommen am Samstag. Gewaldro haben wir schon mal auf 50. Können wir gleich ausrasten. Logok haben wir auf 50. Sumpex haben wir auf 50. Wir können alle entwickeln. Und die haben ihre fetten, großen, höchsten VP im Ausmaß. Da freue ich mich schon drauf. Magna Yen, Gerardax, Papinella, Butox, Skapa, Lore, Stengulist, Schwalbos, Belipa, Gatovoa, 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 Gatovoa. Leta King. Je mehr ich rede, desto mehr tut mein Zahn wieder weh. Also der nicht mehr vorhandene Zahn, sondern die Narbe von heute vom Zahn ziehen. Gut, ihr seht das ja hier wahrscheinlich am Freitag dann. Da war es dann am Donnerstag. Da war Krakilo, 1-5, Krawooms, 2-6, Hariyama, Azuril, Inikoro, Zobiris. Auch hier mega Entwicklung, ist schon fertig, alles am Start. Stolos, genau, 3-3, sieht auch gut aus. Meditanis, den habe ich immer in der Superliga gehabt, habe damit gekämpft. Dann habt ihr gesagt, Maxima, Meditanis, habe ich gemacht. Und seitdem konnte ich ihn nicht mehr benutzen. Voltenso, Plusleminun, Volbit, Schluckweg, Weilord, Kamerupt, Gronk, 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 nicht Gronk, Gronk, nicht Gronk, Gronk, ist der YouTuber, Libeldra, Noctuska, 100% Krypto. Äh, es ist echt, Altaria, ich muss nur bei der Mega-Energie gucken, die Mega-Energie hat mich gerettet. Altaria, Sengo, Senf, Lunastein, Sonnfell, Schmerbe, Welser, Lepomentas, Willi, Amaldo, Formio, Banett, Absol. Nochmal Absol, das habe ich jetzt mega gemacht, komplett. Das muss noch auf Stufe 3 Mega gezogen werden. Warum habe ich da keinen Mega-Tag dran? Egal, war mit Kostümen. Für Nondor, Valreiser. Hier, das ist auch schon gemäxt, das kriegt doch auch nochmal Mega für Nondor-Entwicklung. Passt also auch, dass das fertig ist. Valreiser, Valreiser, Bruder Lander 4, 2 als Glücks. Shiny Bruder Lander, Glücks, immer die Geschichte. Seadday, Kindwurm, Seadday. Ich war Glücksfreund mit Pupsi, ich habe gesagt, wollen wir kurz einen Bruder Lander entwickeln mit der Seadday-Attacke und tauschen für Lucky-Eintrag. Ja, ist ein Hunderter geworden, krass. Seitdem fette Erinnerung. Metagross, 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 Kryptometagross, Kryptometagross. Shiny Lucky Metagross ist aber kein Hunderter. Rigi-Rock, hey, dann Mega, pass auf, hier, Latias, Latios, beide auch gemäxt, Kyogre gemäxt, Groudon gemäxt, 4, 6, 5, 2, die ihre Proto-Form noch bekommen, richtig stark. Rayquaza, 4, 3, Mann ist der schlecht. Ein Rayquaza, dann ein Dioxys. Das ist ja von Aquanagel. Ein Dioxys 2, 9, ein Dioxys 2, 5, sind ja verschiedene Formen, ne? Das ist, äh, Angriff. Das ist die Verteidigungsform. Sheltera, Panferno, Empoleon, Staraptor, Bilifas, Luxtra, Rosarade, Rameidon, Bolterus, Vatribie, ne, Honweisel meine ich. Hornweisel, Kinoso, nochmal Kinoso, andere Form. Ambit Diffel, Robert 100er, auch richtig genial, hier, dieses Drift Zeppli, aus nem Raid, aus der Einladung, von Robert 100er, ein Hunderter geworden, deswegen mit Kostüm, gemäxt, selten. Ähm, Haspiror, Schlappohr, Schlappohr, genau, Schlappohr, mega, hier, Traunmagiel, Traunmagiel, Krypto, 100%, Chef im Ring. Ein, Grammchef, okay, Schnurrgarst, Skungtang, Bronzong, Knackrack, mal ein paar, kaum mal hart, Piondragi, Level 50, 100%, Krypto, Toxikack, Toxikack mit Mütze, wenn du Flie bist, genial. Ja, Rexblisa, ist momentan ne Mega Raid drin, Snibuna, Magnezone, nochmal Magnezone, Schlobleck, Rihonjor, auch aus dem Glückstausch bekommen, nochmal Rihonjor, Tango, Los, Ile Voltec, auch fettes Pokémon, auch einmal im Glückstausch als Hunderter bekommen. Magbrand, Togekiss, ja, Togekiss, Folie, Purba und Glaciola, 3, 3, 3, 5, Mammutel, 1, 2, 3, 4, hier, Krypto, Mammutel, 3, 7, 3, 7, die liegen alle relativ nah beieinander, das ist gut. Porygon Z, Galagladi, nicht Gladiandri, sondern Galagladi, ich hoffe, ich habe jetzt auch das Richtige, ja, ja, auch Glücks, ne, Galagladi, genau, normal, Voluminas, Zwirrfinst, Frostetje, Dialga, Dialga, achso, das ist ein Hunderter und das ist ein 98er, deswegen, Palkia, Heetran, Regigigas, ich habe 400er von dem Ding, das ist aus einem Lucky Trade sogar, ich habe einen Lucky Trade gemacht, wollte die XL voll machen und auf dem Weg zu den vollen XL habe ich noch 3 aus dem Raid bekommen als 100er. Giratina mit Flügeln und Beinen, Giratina fliegend als Made mit Shiny und Glücklack, fertig, zack, Darkrai, richtig genial. Musst du aus dem Raid kriegen, kannst du nicht tauschen, muss also random aus dem Raid 100 werden, kannst du nicht im Glückstausch bekommen. Serpi Royal, Flambirex, Admuray, Kukbara, Bispa, Cleopada, Cleoparda, genau, Veggigita, Grigita, Somnivora, Fasanop, Zibritz, Brocolos, nochmal Brocolos, Fletiamo, Stalopor, Ordoch, Branavar, das ist auch, gut, passt, Caradonis, warum Sanjoti, das hat glaube ich, hat das nicht Schenaia vorgeschlagen, Serapendra, Elfun, Dressela, Barschuft, Flampivian, Flampivian, haben die auch beide das gleiche? Ja genau, dreimal Feuer, ich glaube sechsmal Eis, Casteliff, Surokex, Irokex, Irokex, Echnatol, Deponytox, Schilabel, Südomega, Swarones, Delores, Gelatvino, Grunewild, Hutzasa, Tentantel, Megalon, Skilabra, Skilabra, Tobi, also, Maxax, 4062, genial, Siberio, Frigometri, Flunschlik, nochmal Flunschlik, 2, 4, 5, die haben auch beide diesmal genau gleich, Griffeldis, Hunderter gebrütet, aus den Zwölfe-Eiern, auch selten, Shiny, Griffeldis, das war die Spezialfolge in München, mit Isbo und Hannes, wo Hannes und Isbo abwechselnd mir immer ein Pokémon nennen sollten, was ich maxen soll. Haben die Regeln nicht verstanden, immerzu, Mama, Shiny, Shiny, dieses fette Vogelbaby-Ding, hat der Isbo gesagt und ich, ey, das ist kein, ich hab keinen Hunderter davon, mach doch jetzt mal, dann hab ich das gemacht und, naja, wir haben ja genügend XL gehabt. Furnifras, Trikephalo, 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 Terrakium, kommt jetzt bald wieder in die Raids, ich habe keinen Bedarf, ich brauch XL für meinen Kobalium, hab ich zwei Hunderter, dass ich das pushe, und ich brauch XL und ein Hunderter von Viridium, deswegen bin ich da auf Jagd, weil die guten hab ich schon alle. Jetzt brauch ich die schlechten. Boreos, Shiny, 100, Blood and Tears, Level 50, krass, Basebody-Batch, hier, alles leuchtet hier. Boreos, Voltolos, 4-1, und natürlich, das hab ich noch nie verstanden, warum ist Demeteros nicht genau nach denen? Die sind zu zweit, dann kommt was anderes und irgendwann kommt Demeteros. Wieso sind die im Pokédex nicht direkt zu dritt als Team nacheinander? Regiram, hier auch, 4-5, Segrom, 4-5, hier ist dann plötzlich Demeteros, 4-4, Kyurem, 4-0, Kyurem kommt auch noch diese Jahreszeit, Cedia hab ich schon, bin ich schon am Start, Genesect, reicht eins, haben wir jetzt. Prigaron, Phinexus, Quaiutsu, Grebit, Fiaro, Pyroleo, Florgas, Pandagro, muss man natürlich auch brünen, war ich auch mega froh, dass ich den bekommen hab und dann entwickeln konnte. Coivav, Pavines, Savayon, Calamaneiro, Tandrak, Ilezat, Hä? Lenzat? Ilezat, Munagoras, Amagaga, 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 Ferdinara noch hier, Viscogon, Tromborg, Pumpgin, den Fetten sogar, Actillas, Xerneas, Ibeltal, Eulenbrille, bei denen kann ich euch noch nicht mal sagen, wie der heißt, Silvaro, so wenig Bezug zu den Pokémon, Silvaro, ich hab den noch bei Arceus, weg damit, ich brauch was anderes, so. Fuego, diese Feuersauce, ist das überhaupt der richtige Name? Fuego, genau, das andere ist nämlich Fuego und ist diese Jalapeno Hot Sauce. Also, hier, 3-1, 3-3, 3-6, Primarene, Brutal, Tukanon, Mangospectro, Donarion, Coriogl, Coriogl, Agrostella, Aranestro, Mantidea, Lamelux, Costurso, 100% Shiny, Kommandutan, Tektas, Togedemaru, Mellmetall, auch richtig stark. Musst du Glück haben, in der, in der Meltan Box, dass du bei den Fängern da einfach ein Hunderter dabei hast, hatte ich, gemaxed, die XL Bonbons kannst du unendlich farmen, das ist so einfach, das mit XL Bonbons zu versorgen. Mellmetall also auch hier, 4069, Schlagraffel, Barrikadax, Pandifrost, Mach mal hier den Tänzer mit dem Stock da. Nein, ist wohl, ich hab kein Hunderter, mach doch jetzt mal. Pandifrost Level 50. Ognatol, aus der Quest bekommen, also aus der, wo die Aufgaben waren, und wir die Kapitel abholen konnten und dann da nochmal eine Belohnung gab und dann nicht das so bewährt und dann nicht so 100 und dann krass, gab's ja nicht wild, musste es zu Hause eine Aufgabe bekommen. Joaquin, Joaquin jetzt aber, ein Ursa, ne, ein Ursa Luna, genau, Ursa Luna 1, Ursa Luna 2, den hab ich im Stream Joaquin genannt, mittlerweile hab ich überlegt, ob ich den verschicke, ich glaub, man braucht keine zwei davon, denn nach dem Stream, beim Tauschen für ein Glücks-Teddy Ursa zum Entwickeln, dass es auch noch ein, äh, Eintrag wird, ein Glückseintrag, dann wenigstens, war's auch einfach ein Hunderter. Und dann hast du's schnell noch entwickelt für die Attacke und der heißt jetzt auch Joaquin, Joaquin, so. Dann waren das alle, Level 50 Pokémon, die ich momentan habe, wenn ihr jetzt gemerkt habt, ein was hab ich nicht gesehen, dann schreibt's nicht unter dieses Video, sondern dann macht Vorschläge unter das Max Out Monday Video, was am, eigentlich immer am Mondag kommt, was aber diesmal am Dienstag gekommen ist, oder schreibt halt hier irgendwas drunter, aber ich werd von hier ja eh keine Vorschläge nehmen, merkt euch die vielleicht, wenn das nächste Mal Max Out Monday ist und die Frage, was soll ich maxen, was ist noch nicht gemaxt, was würdet ihr gerne sehen, dann können wir das so machen. Es ist genau 22 Uhr, mein Handy vibriert, ich hab mir jetzt eine schöne Hühnerbrühe gemacht, die mir schön in den Zahn reingläuft, würde sagen, das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, for out, Joaquin, euer Ramses. bis dahin, Perdioios, Vielen Dank.